Hier ist kein Reis. Ich bin noch mit meiner Vorlesung, aber der labert gerade noch Müll, deswegen rede ich jetzt hier. Ich hab Munanana die ersten zwei geschaut und ich muss sagen, der Anime triggert mich. Aber was hast du geschaut? Munanana, ich weiß nicht wie es auf dem Fall ist. Ja, die Characters sind alle stupid. Ich hasse sie. Ich hasse jeden einzigen. Obwohl die Winzebücher ein bisschen hat, den Rest hasse ich komplett. Warte, wen hast du? Wen magst du ein bisschen? Den Winzebücher. Ja. Sind alle dumm wie Scheiße. Am meisten hasse ich diese leckende Fotze. Bitte? Alle Chinesen sind aggressiv. Der Typ, der Supporter von TSM, der LPA gespielt hat, der hat gesagt, er wird TSM komplett verändern, dass sie offensiv und mehr LPA Lifestyle spielen. Deswegen wollte auch Doublelift mehr LPA-Spiele haben. Deswegen haben sie auch Huni gewählt über Impact und über Licorice. Ja, Huni ist auch aggressiv. Ja. Ich hab kein Flash. Ich hab kein Flash. Ich hab kein Problem, ne, Viu. Ne, er ist auch da. Ja. Da. Ich bin offen zu eurem Schiff und verzieht. Helm. Das ist ein albernes Schiff. Ja, hallo, hallo, hallo. Ab weiter. Nein, sterben. Nein. Hu, ich bin grad innen reingemann. Das kann ich nicht. Hilfe! Nein, ich kann. Sag, ich kann, ich kann. Ich weiß nicht, du machst das. Hilfe! I'm dying! Dankeschön. Wahhhm. Du kannst nur gleich gut hoch kommen, ne? Oh! I'm dying! I'm dying! Es ist so toll, dass ich dagegen was machen kann. Machst du die Beide? Skimm it the bone. I love it. Skimm it the bone, wenn das Sinch zu dir läuft. Yes! Achso, das war auch dein Problem. Der Sinch wirft mich an. Der eine ist zu schnell, der andere zu pressen. Kann nicht glauben, dass ich gerade Pfeil so lange stand war. Ohohoho! Das Tuckstein. Ah, er wurde gestalkt. Wie ist das? Wie ist das so gut? Nein. Wie ist das Sinch? Ja. Ist das so gut? Ist das so gut? Ist das so gut? Ja! Ja! Kill ihn! Oh! Oh! What? Kill ihn auch! Oh mein Gott, Tio! Oh mein Gott! Die Maschine! Oh mein Gott, Action! Oh! Du hast niemanden gechantert. Ich habe erst die Masi gechantert. Oh! 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 Clean! Clean! Oh! Oh! Doch, du hast eh safe. Oh! 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 Fast perfekt! Ich habe keine Ahnung, was du gefragt hast. Wie heißt der Schubler von Genos? Mir gefällt eine Bronze. Oh mein Gott, mir gefällt es. Oh mein Gott, mir gefällt es. Ah! Oh mein Gott, der war etwas nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war unser Spiel. Oh my god, what the f***? Kokoro kara... Kokoro kara... 3... 4... Alter... Ah, ich steh... 29... Ekelast! Ekelast! Dein Doktor doch! Sein Bruder arbeitet aber nicht da! Ja, nein! Gute Arbeit! Ja, der arbeitet doch nicht! Was war denn der Bruder? Keine Ahnung! Wie kann man das schon? Ja, der Dütter tat! Die Quinn kommt, der Dütter tat! Oh shit! Weg da! Digga, was stehst du? Ich zieh, ich zieh die Kille, ich zieh die Kille, wacke mich! Ich zieh die Kille, ich zieh die Kille, wacke mich! Ich zieh die Kille, wie Hugh ist tot! Sie ist tot, du bist tot! Oh my god, die hat sie bekommen, die hat sie bekommen! Du wirst dir vorstellen? Okay, das hört sich jetzt nach mir flex an, ne? Digga, ich weiß nicht, ob ich das zum sagen kann, ob ich das zum... Ich zieh einfach durch! Digga! Du siehst so gut aus! Äh... Du musst jetzt auch passen auf die Mädchen! Jetzt kommt es nicht schlimmer! Dann sitzen wir halt da ein paar halbe Stunden oder so! Dann kommt... Es hat nicht random! Ey, Adjom, hast du Kondome? Hugh wird die gebrauchen! Digga! Nein! Adjom gibt mir echt Kondome! Du musst dir vorstellen... Vor einem Monat oder so... Hab ich getestet... Ob die mir passen! Ähm... Ey, tu's... Too big! Ne, die waren echt wie zu klein, aber... Äh... Ja, meine Mom hab die heute im Mülleimer gefunden! Oh! Ich... Ich... Ich konnte es nicht erklären, Junge! Ich konnte es nicht erklären! Ich so, ähm... Ja, wie... Wieso würdest du sie auch in den Mülleimer... Hä, du musst sie direkt in den Mülltonne schmeißen! Digga, ich hab gesagt... Und meine Mom so, hast du nie benutzt? Ich so, das ist kompliziert! Hahaha... Also, du hast sie benutzt, aber du hast hier nichts mitgebracht! Ist so kompliziert zu werden, oder? Ja, okay, das... Das kam dumm... Ja, ich wollte gucken, wie mein Schwanz so abschneidet! Im Gegensatz! Ja, ich wollte gucken, wie man die anzieht! Ja, ja, ja! Und... 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 Mein Selbstbewusstsein, aber das ist was anderes! Beim First-Hit mehr als 15 schnelles! Oder... Help me! Von hinten bei den Gegensatz... Oh mein Gott! WP hier! WP! Wichser! Die Steps! Die Steps! Ich opfer mich! Rennt! Nein! Du opferst dich nicht! Ich opfer mich! Mach dir da! Du Arsch doch! Rennt doch! Du schickst! Du schickst! Du schickst! Du schickst! Du schickst! Christy, die auch noch. Ich hab ja die Jana schon mal so, als ob es Katharina hinzugefügt worden ist. You will never get this! You will never get this! Ehe, go! Dave den mal beim Barrel mit meiner Ehe. Juman, kriegst du ein Assist? Ehe, go! Stimmt vor, ich spiel den so mit der Ehe. Eine Möglichkeit, wenn die wieder missmythe. Ehe, go! Holt, go! Ach, mein Fuckinger. Ist was von Liga passiert? Digga, war ein bisschen auf dem Liga. Schnallt drei Leute auf. Digga, danke, ich hab die falsche Ruhe eingemacht. Ich muss mich jetzt mit dem Digga abgewöhnen, Alter. Ich gewöhn mir das genau so auf Action. Ich wollte Gesundheit sagen, hab Digga gesagt. Macht gar keinen Sinn. Ehe, also Action, die hab ich jetzt mal abgewöhnen. Und da... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020